Joa, hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir befinden uns, ich weiß gar nicht wo, auf jeden Fall wieder unterwegs in neue Testkammern. Und wie ihr seht, habe ich wieder die Facecam an und nehme das Ganze hier wieder mit dem neuen Mikrofon auf. Das heißt also, es kann entweder zu leise sein, es kann rauschen, es kann zu laut sein oder sonst irgendwas. Ich bin damit noch momentan am Ausprobieren ohne Ende. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir los, weil ich habe nicht so lange, ungefähr 25 oder 20 Minuten halt, wie immer. Dann würde ich sagen, geht es weiter. Mit Facecam natürlich dann halt auch jetzt. Und ja. So. Okay. Das ist hier immer noch der Ladebildschirm. The, the, the Ladebildschirm. Und ja, jetzt müsste es hier theoretisch losgehen. Schaut mal mein T-Shirt. Destiny T-Shirt. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht. Die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Kenn ich die nicht irgendwo hier? Ne, kenn ich nicht. Also ich weiß auch nicht, was Lade... Gladus. Gladus da gerade irgendwie wieder gesagt hat. Weil ich kenn die gar nicht, die Kammer. Warte mal, was macht denn... Was macht das denn hier? Äh... 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 Ach, ah, ja, 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 ja. Moment, Moment, Leute. Moment. Ah, verstehe. Okay. 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 Das geht schon mal. Das ist gut. Äh... So, und jetzt nur noch einen. Äh... Äh... Na gut, äh... 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 Okay, Moment, Moment, Leute. Moment. Lasst uns das noch mal durchgehen. Hier geht schon mal ein Strahl durch. Boah, Alter. Ich muss... Tut mir leid. Boah. Kopfhörer. Kopfhörer, ne? Soundqualität hoch. Ja, 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 ja. Das ist schön, das ist toll, aber es ist immer noch... Äh... Laut, Alter. So ist besser. Na, es geht. Vielleicht ist es jetzt für euch leise. Und für mich nicht, deswegen... Drehe ich das jetzt mal lieber ein bisschen wieder auf für euch. Weil, kann ja sein, irgendwie, dass das Video dann... Leiser ist und ich bin laut und ich... Ach, keine Ahnung, ja, Leute. Wir spielen das jetzt hier. So, meine Güte. Ja, wie immer, unvorbereitet kennt man ja nicht anders. So. Okay. Okay, 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 okay. Moment. Alter. Geht das? Ey, 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 ey. Ah. Logisch. Logisch, logisch. Oder auch irgendwie nicht. Ach, Moment. Natürlich. Oh, ne. Nicht natürlich. Bäh. So, Moment. Alter. So. Dann haben wir ja noch einen Laser. Ich check's gerade irgendwie echt nicht. Ah. Trifft der einen? Ja, den ganz Äußeren. Okay. 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 Eieieiei. Alter. So. Dann, äh... So irgendwie, oder? Hä? Ich steh'n da jetzt wegstelle. Ach. Klar. Ne, nix klar. Hii. Also, ich versteh's immer noch nicht. So. Hä? Alter. Ähm. Ich hab grad keinen blassen Schimmer. Aber warte mal. Hä? Was war das denn? Da hat sich gerade irgendwas geöffnet, ne? Aber was? Ey, Leute, Mann. Hier? Ich versteh's nicht. Alter. So. Nehmen wir mal gerade die ganzen Würfel weg. Okay, also hier muss einer stehen. Da. Okay. Da stellen wir schon mal einen hin. Okay. Den kann ich dazu bringen. Kann ich nicht. Dass der hier hin leuchtet und dass ich... ...da einen nicht treffe. Ähm. Dann so. Auch nicht. Doch, ja. Trifft zwar einen, aber ist irgendwie nicht genau das, was ich... ...möchte jetzt gerade. ... Äh. Äh. What the f... What the f... Hä? Ei, 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 alter. Ich nix kapiere in diese Scheiße. Okay, okay. Ah, ei, 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 neustart. Schnauze, so. Okay. Diese drei Laser müssen hier hin. Richtig. Richtig. So. Und. Wie schaffe ich das? Also, zwei Laser kann ich ungefähr aktivieren, aber was ist mit dem dritten? Ich kann es... Verstehe ich, also ich kapiere es gerade nicht. Warte mal. Ähm. Aua. Aua. Okay, dann muss ich... Ach so geht's ja auch, ne? Moment. 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 So trifft er den Mittleren. Ach, kacke. Ähm... Und jetzt noch einen. Wo treffe ich den? Alter. Könnte ich den von hier aus irgendwie... Ei, 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 ei. Ja, könnte ich. Oh, nee, ne. Scheiße, nur noch ein bisschen. Shit. Fuck. Ein ganz kleines bisschen. Fuck. Äh, so. Ah. Hä? Also, irgendwie check ich's nicht. So ist das gut, aber... Aber es ist nicht schön. Okay, 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 okay. Moment. Nee, Leute, ich check's gerade echt nicht. Das sind doch nur diese kleinen Millimeterchen. Fuck. 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 Aua. Ah. So. Und noch mal. Au. Au. Sooo Hä? Okay, 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 okay Okay, ähm So Und nochmal jetzt Alter Was soll denn der Kack? Alter, das ist doch jetzt nicht den fucking ernst Alter Äh Gibt's doch nicht Also Oder ich mach den hier hin Genau Kann ich von hier Den treffen Oder meinetwegen auch den Und von hier aus Den in der Mitte Oder ich treff Ich nehm den Und mach mit dem Oh Oh Fuck Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor Es war eigentlich ganz einfach Man muss die Dinge nur objektiv sehen Und sich von allem Überflüssigen trennen Das war doof Leute Das war wirklich sehr doof So was blödes, Alter So was blödes Toll Und klar Du hast halt die Schnauze Ich bin wieder zurück Ich muss doch erstmal wieder reinkommen Ja, irgendwie schon Also Ne, hab ich ja nicht gesagt Aber Wir haben 16.30 Uhr Und ich bin gerade eben erst von der Schule gekommen Und Boah Ne, du, ey Okay Okay Ich muss zu der Knopf da drüben Und jetzt ist die Frage Ah Okay Ich weiß Ich weiß Ich weiß Okay 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 Okay, cool Das hat funktioniert Das funktioniert Das funktioniert Das ist super Cool Okay Okay Ja Dies war doch easy Okay Okay Äh Ich weiß Suff Wow Oh Genau Oh Oh Wohin muss ich wohin? Wheatley wohin? Oh, was ist denn da? Wheatley! Also, wir waren beim letzten Test? Wheatley! Okay. Ne, das hab ich jetzt extra gemacht. Denn, man bekommt dort ein Enchiefment dafür und das wollte ich natürlich gerne haben. Ne, ich war's. So, okay. Es geht weiter. Aber ich würde sagen, das machen wir alles am Weg zum Abend. Ja, ich hoffe, der Part hat euch ge... Ja, dann, vier, dann! Ja gut, noch ein bisschen und danach und da... Das sieht wieder aus wie eine Misse, ne? Ja. Hier hinten vor allem meine Haare. Egal, komm. Komm, los jetzt! Los! Du hast schon fast deinen letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Äh, was? Für wie du umhältst du... Oh! Ah! Oh, shit. Oh, Leute. Gut. Aber hier würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Part bei Portal. Es wird spannend, Leute. Bleibt dran. Bleibt dran. Tschüss! Untertitelung.